Hallo, ich bin Alice und das ist Nika. Wir sind von der Bewegungsschule und heißen euch herzlich willkommen zu unserem Kurs Mehrwerten Werkzeuge für den Basisaufbau. Unser Kurs hat drei Teile. Ihr bekommt einen Überblick über Organizing und zwei praktische Werkzeuge, und zwar das 1 zu 1 Gespräch und das Spektrum der Verbündeten. Dieser Kurs ist für alle, die schon lange in politischen Gruppen engagiert sind und für alle, für die das etwas Neues ist. Wir begrüßen euch so, wie ihr seid, ob gesund, krank, unklar, mit allen Sicherheiten und Unsicherheiten, die ihr mitbringt. In der Bewegungsschule sind wir zu dritt, Emma ist auch dabei. Wir glauben, starke soziale Bewegungen aufzubauen, können wir gemeinsam lernen. Wir arbeiten dafür mit erfahrungsbasierten Ansätzen, mit viel Praxis und wenig Theorie. Ihr lernt direkt beim Ausprobieren. Am Ende des Kurses kannst du mit dem 1 zu 1 Gespräch Menschen ansprechen und für eure politische Arbeit gewinnen. Du kannst mit dem Spektrum der Verbündeten, mit deiner Gruppe, eure versteckten Netzwerke kartieren, um strategisch vorzugehen. Und du hast einen Überblick über Organizing. Das sind auch die drei Kursteile und wer dann noch mehr will, findet tolles Material zum Weiterlernen in den Links. Lernvideos, Texte und Podcasts und Beispiele erfolgreicher Bewegungen. Und was ist dein Lernziel? Bevor du in das nächste Video startest, mach dir doch mal kurz Gedanken. Was ist dein Lernziel zum Thema Mehrwerden? Und jetzt viel Spaß mit unserem ersten Kursteil. Und jetzt viel Spaß mit dem Thema mehr. Vielen Dank.